Eine Rettungsmission? Was kann da schon schief gehen? Hey, Blue! Ich hab dir was mitgebracht. Okay. Ach, das! Die Insel, das ist alles Vergangenheit. Ich würde sagen, wir machen den Laden dicht. Das Leben lässt ihn nicht einsperren. Willkommen in Jurassic World. Jurassic World, das gefallene Königreich. Das Leben lässt ihn nicht einsperren.